Hallo und herzlich willkommen bei Muss ich haben. Smartphones sind aus der Welt nicht mehr wegzudenken. In diesem Video zeigen wir euch Gadgets, mit denen ihr euer Smartphone noch nützlicher machen könnt. Alle Produkte sind natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. Wir wünschen euch viel Spaß mit diesem Video. Kennt ihr noch von früher die Sofortbildkameras? War das nicht toll ein Foto zu machen und dieses direkt in der Hand zu halten? Mit diesem Polaroid Zip könnt ihr lebhafte und farbenvolle Fotos von eurem Smartphone ausdrucken, welche ihr erst geschossen habt. Und das tolle dabei ist, ihr braucht noch nicht einmal ein Kabel, denn man kann den Handydrucker ganz einfach über Bluetooth mit dem Smartphone verbinden. Und wisst ihr was noch toll an diesem Gadget ist? Ihr braucht auch keine Tintenpatronen. Einfach das Zinkfotopapier in den Drucker rein und das Foto drucken. Diese Smartphonehülle werdet ihr garantiert lieben, denn statt euer Smartphone nur zu beschützen, könnt ihr es nun überall befestigen. Diese Hülle besteht nämlich aus kleinen Nanosorgpartikeln und sorgt so dafür, dass ihr sie nahezu überall befestigen könnt. Es ist einfach genial. Das Smartphone wird an den Spiegel geklebt und dann das Foto aufgenommen. Das Anti-Gravity-Case hat eine selbstklebende Rückseite, die auf glatten Oberflächen wie Spiegeln, Fenstern, Bildschirmen, Wänden und so weiter haftet. Du kannst es sogar an Küchenschränken oder am Kühlschrank befestigen. Oder klebe es an den Badezimmerspiegel und schau dir YouTube-Videos an, während du dich am Morgen zurecht machst. Das Anti-Gravity-Case hinterlässt keine Klebespuren und kann wieder und wieder verwendet werden. Ihr wollt längere Texte auf dem Smartphone schreiben? Dann haben wir mit dem nächsten Gadget genau das Richtige für euch. Wie wäre es denn mit einer Lasertastatur? Ja, ihr habt richtig gehört. Mit dieser Tastatur habt ihr die Möglichkeit, auf jeder Oberfläche eure Texte zu schreiben, wo ihr möchtet. Mit diesem Gadget seid ihr vollends in der Zukunft angelangt. Ihr könnt die Tastatur ebenfalls über Bluetooth an eurem Smartphone, Tablet, Notebook oder Desktop-PC anschließen. Ein Monokular ist sehr vielseitig und kann in den verschiedensten Bereichen angewendet werden. Mit Hilfe der mitgelieferten Klemme lässt sich das Monokular kinderleicht an das Smartphone befestigen und erreicht eine bis zu 16-fache Vergrößerung. Außerdem ist es sehr witterungsbeständig und verhindert dadurch, dass Feuchtigkeit, Staub und Schmutz in das Gehäuse des Monokulars einringen kann. Das Stativ ist kompatibel mit mehreren Smartphones und kann daher universell genutzt werden. Der Jackcom Smartring R3F wurde aus flüssigem Wolfram in einem 73-stündigen Prozess und 39 Schritten hergestellt. Im Inneren des Rings befindet sich ein NFC-Chip. Dieser Ring gewinnt zwar keine Schönheitswettbewerbe, aber dafür ist er extrem funktional und vielseitig. Wer kennt das nicht? Man sitzt in der Bahn und überall sind neugierige Blicke, die auf dein Smartphone starren. Mit dieser Folie für dein Smartphone ist nun Schluss damit. Man klebt sie wie eine normale Folie einfach auf das Smartphone. Und dann kann man, wenn man von der Seite schaut, auf dem Smartphone nichts mehr erkennen. Übrigens auch für Tablets und Notebooks. Diese Linse verwandelt euer Smartphone oder Tablet in ein Fotoapparat mit Wechselobjektiven. Dazu müsst ihr einfach dieses geniale Zubehör mit einer oder mehreren aufgeschraubten Linsen an euer Gerät klippen. Schon könnt ihr einzigartige Makro-, Weitwinkel- oder Fisch-Eye-Fotos schießen. Schluss mit dem Kabelsalat. Der wahrscheinlich einfachste Weg ein Handy aufzuladen. Einfach das Smartphone auf den Ladeständer legen und schon fließt die Energie. Egal ob horizontal oder vertikal, man kann problemlos weiter texten oder Videos anschauen. Mit diesem Multitool hast du immer alle Werkzeuge dabei und bist auf alles vorbereitet. Du hast das Allround-Talent im praktischen Kreditkartenformat immer in der Brieftasche dabei. Durch die beiliegende Tasche kannst du das Allround-Talent kinderleicht an die Rückseite eines jeden Smartphones oder Smartphone-Cases anbringen. Dein teures Smartphone braucht selbstverständlich auch die beste Hülle aller Zeiten. Dürfen wir vorstellen? Die Wasserdichte LifeProof. Genieße die Freiheit überall hinzugehen und alles mit deinem Smartphone zu machen. Wasserdicht, staubdicht, schneedicht und stoßfest. Diese Hülle ist der ultimative Begleiter für dein Smartphone. Welches dieser Gadgets für das Smartphone fandet ihr am besten? Haben wir vielleicht ein anderes vergessen? Welche Gadgets benutzt du an deinem Smartphone? Lass es uns in den Kommentaren wissen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, zeig es uns mit einem Daumen nach oben und wir machen einen zweiten Teil. Hier kannst du uns noch abonnieren und kommst zu den letzten Videos. Wir danken dir fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.